Weihnachtszeit, Weihnachtszeit, sag allen Bescheid, das Video kommt und sag Weihnachten. Yo, was geht ab wieder zu dem Video von Einfach Chari. Heute werdet ihr überhaupt das nackteste Video von mir überhaupt sehen. Das ist einfach nur rein, das ist ohne Cuts einfach. Ich werde einfach erzählen, weil es ist ein kurzes Infovideo für eine Advents-Nikolaus-Aktion. Advents-Kalender-Aktion, genau. Mein Video erscheint am 17.12. Ich werde zusammen mit einem Kumpel die Christmas-Smoothie-Challenge machen. Und das wird einfach übertrieben. Krasser als was ihr bis jetzt je gesehen habt. Auf jeden Fall, wie gesagt, das Video ist un-cut. Ich werde einfach los erzählen, weil das ist nur ein kurzes Infovideo, mehr nicht. So, auf jeden Fall, ich habe das hier geholt, was das genau zu bedeuten hat, beziehungsweise warum Bayern drauf ist. Das werdet ihr am 17. sehen. So, dann, um die ganze Masse flüssig zu machen, im Mixer, ihr wisst ja, wie das funktioniert, Kokosnuss oder Reismilch, weißt du? So, und dann hätte ich noch... Fangen wir erstmal mit den normalen Sachen an. Gewürzspeculatius, durch Speculatius, dann mit Schokokugeln, dann Nougat El Marzipan. Wie gesagt, das wird ein pures nacktes Video, ohne Cuts. Ich werde einfach erzählen. So, einfach nur so Dings, der kommt auch irgendwann dann rein. Äh, was haben wir noch? Hier noch einen, der ist für mich privat. Dann, Pfeffernüsse. Die kennen bestimmt viele. Dann haben wir, was haben wir noch an normalem Zeug da? Äh, was nehme ich noch? Sahne. Ist relativ normal. Jo, kann man machen. Dann, Vanille Dessertsauce. Dann, Schokoladen Dessertsauce. Dann haben wir noch hier... Ne, das ist... Okay. Das war's. Obwohl, warte, stopp, stopp, stopp. Punsch, alkoholfrei. Weil, wir haben einige Zuschauer, die haben ihr 18. Lebensjahr noch nicht erreicht. Deshalb wollen wir als gutes Vorbild... Mein Kumpel übrigens, es ist der Albaner, von der Türkisch-Albanisch-Challenge. Er wird mit dabei sein. Und, äh, Special Guest. Special Guest. So, dann, was auch noch einigermaßen normal ist. Lebensmittelfarbe Rot. Da fehlt nur noch was. Naja, egal. Auf jeden Fall. Äh, Kiwi. Sogar Bio. Dann, jetzt wird's... Okay, das geht auch noch. Skittles. Geht auch noch. Einigermaßen. Das kann doch nicht alles gewesen sein. Warte, stopp. Auf jeden Fall. Von den Normalen. War das alles? Nein, egal. Auf jeden Fall. Spitzenqualität aus Thüringen. Dicke, fette... Pilze. Na, hin, wir fibriert. Dann. Tafel Meerrettich. Hundefutter aus Rindfleisch. Hundefutter. Gebt euch das mal. 800 Gramm. 800 Gramm. Ofenaufstrich. Pizza-Geschmack. Guckst du. Dann haben wir noch, äh... Katzenfutter mit Forelle. Tomatenstücke Natur. Kidneybohnen. War's das schon? Na ja, auf jeden Fall wird da noch Zimt dazukommen. Hab ich noch nicht gekauft. Und, ähm... Hä? Da war irgendwas noch Abartiges dabei. Es wird ein Ei reinkommen. Bier eventuell auch. Na ja, auf jeden Fall. Wie gesagt, das ist nur ein kurz, kurzes Interview. Das wird jetzt schon wieder auch total lang wird. Kurzes Interview. Kurzes Inter... Ende... Infovideo. So. Es geht einfach darum... Genau. Es gibt... Mit mir zusammen sind wir 24 YouTuber. Jeder hat einen Tag. Mein Tag ist der 17. Und, ähm... In der Infobox findet ihr die Links zu den anderen 23 YouTubern. Und... Die Playlist. Genau, die Playlist. Von Dr. Ima. Und, äh... Ja, das war's dann auch schon. Mit der Info. Ja. Okay. Das wird am 17. rauskommen. Aber vor dem 17. wird auf jeden Fall auch noch ein Video rauskommen. Äh... Ansonsten, ihr könnt ja zu diesem Video unter die Kommentare schreiben, was ich noch so reinhauen könnte. An Sachen für den Christmas Smoothie. Genau. Weil das wird ne... Das wird ne Christmas Smoothie Challenge. Okay? Alles klar, vielen Dank. Äh, danke. Wenn ihr gespannt seid, was überkommen wird, dann einfach abonnieren. Am 17. spätestens. 17. Stellt euch ein Wecker. 17. kommt das Video. Das wird einfach... Wenn ich schon dran denke... Okay. Alles klar. Ich hab noch... In zwei Wochen werde ich das drehen. In den nächsten zwei Wochen werde ich das drehen. Und das wird... Oh Gott. Oh Gott. Oh Gott. Gott. Stehe bei mir. Neben mir. Hinter mir. Er soll einfach gucken, dass ich überlebe. Nur für euch. Bis dann. Um. Untertitelung des ZDF für funk, 2017